dieses gaming video wird euch präsentiert von just network punkt eu hallo und herzlich willkommen liebe community zu einem weiteren guide vom guten alten stevigno und dem team just network was euch in sachen diablo guides diablo wissen diablo news immer auf dem laufenden hält während hier das spiel lädt möchte ich kurz darauf hinweisen dass ihr regelmäßig ihr seht es links unten seht ihr den link auf just blizzard.eu vorbeischauen solltet weil auf der offiziellen seite bzw im offiziellen battle.net forum stehen wir mehr oder weniger auf den unterseiten und da werden nur die 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 großen fansites so richtig supportet von daher schaut bei uns vorbei wenn ihr jetzt diesen guide guckt und denkt mensch das gefällt mir wir haben wirklich viele guides zu vielen klassen und nicht nur zu klassen sondern wir heben uns da von den anderen seiten ab wir haben auch irgendwie guide zu elemental schaden wir haben guide zu wie kriege ich weniger schaden wir haben guide zu was kann man denn bei kardala alles gambeln und was nicht und ja schaut mal vorbei ja ihr lieben es geht um folgendes und zwar kriege ich in letzter zeit immer wieder feedback von leuten die sagen stevigno warum könnt ihr so hohe torment stufen machen und wir nicht ja das ist nämlich das problem viele hängen irgendwie in torment 1 oder 2 fest und kommen nicht weiter der grund hierfür ist dass man eigentlich aus diablo 2 oder 3 nach der oder größtenteils nach der prämisse gelebt hat wie wie früher werder bremen mein lieblingsverein wie an dieser stelle kurz erwähnt vorne mehr machen als hinten kriegen ja das heißt so nach der nach dem motto wenn ich genug schaden mache schaffe ich das alles und wenn ich mehr schaden mache als der gegner da geht der kipp zuerst um ist das okay das funktioniert in reaper of souls einfach nicht mehr so ja da muss man nämlich ein bisschen umdenken mir fehlt das vieles am anfang auch schwer und ich musste meine lektion auch lernen bevor ihr jetzt fragt ja stevigno was da los ganz viel erzählen ihr werdet nachher gameplay sehen irgendwie wo ich mit meiner stammgruppe irgendwie torment 6 mache wo ich torment 4 alleine mache und wo ich in der gruppe torment 4 mache also torment 4 ist wirklich nicht mehr auf farmstatus sondern auf wir laufen durch und rutschen über die mobs rüber status also es hängt natürlich auch ein bisschen was von der gruppenzusammenstellung ab das heißt ihr solltet auf jeden fall in eurer gruppe sagen wir mal klassen haben die sich gegenseitig ein bisschen zu porten das heißt synergien sind hier das stichwort ja wir haben halt in unserer stammgruppe irgendwie einen demon hunter ja und einen wizard das sind halt momentan die stärksten damage klassen jetzt werden viele von euch sagen ich habe auch einen witch doctor gesehen der ganz toll viel schaden macht ja im prinzip mit der richtigen alt ist und macht jede klasse ordentlich schaden aber ich sag mal einen demon hunter und einen wizard sind momentan nicht zu toppen wenn die gutes gear haben ja also die beiden habe ich habe ich in meiner vierer gruppe dann noch einen monk der ist ganz nützlich wegen palm und zusammenziehen und so weiter brauchen wir dann brauchen wir aber auch mit unserem equip und unserem status bauen wir das gar nicht mehr das heißt der rocknack der bei uns der der monk ist der hat das gar nicht mehr drin das geht auch ohne und der barbara miner ist ganz nützlich weil er natürlich hier diesen kampfrausch bonus hat das heißt um mich herum ich gebe quasi meiner gruppe 15 prozent schaden ja und ja drei prozent krit noch dazu aus dem bin ich ein mega oft hängt da muss man mal sagen ich blocke halt riesig gut und ich gebe halt der gruppe in sehr sehr guten speed buff ihr kennt das irgendwie wenn ihr gesehen habt mit diesem gürtel ja schiller nix kette ist gerade so für barbaren die so meinen equip stand haben eigentlich ein must have einfach weil er ihr seht schon wenn ich kriegsschrei einsetze also dieses ding zehn sekunden lang 40 move speed gibt das ist halt klingt halt jetzt nicht so krass weil natürlich auch 20 sekunden cool dann hat sehen wir hier abklingzeit es gibt barbs das hat alkaizer eine ganze zeit lang gemacht der hat einfach den cool darunter gesetzt dass er es non stop spammen konnte macht aber in der gruppe nicht so viel sinn ja das kann man alleine machen wenn man alleine spielt weil die gruppe in der gruppe sind die mobs einfach auch viel zu stark also das ist aber ganz gut weil ich setze es halt so ein ich laufe irgendwie mit meiner gruppe zum pack hin dann kehren wir das pack dann ist der cool dann wieder ready dann kann ich wieder den schrei machen für das nächste pack so hat man immer ein speed buff von daher ist ein barbar auch ganz nützlich worauf ich eigentlich hinaus wollte und was eigentlich die wichtigste botschaft ist an euch alle da draußen wenn ihr torment sachen machen wollt höre ja und ich bin mir sicher wird es auch wieder eine menge leute in die comments geben ihr kennt das ja die alles besser wissen und sagen nee ich mach viel damage und ich schaff das und ich bin derb und wenn man die da mal näher angucken würde dann spielen sie alleine irgendwie und dann vielleicht nur torment 3 oder was weiß ich was wir wir sind jetzt eine gruppe die wirklich das gesuchtet hat das spiel in den letzten wochen und wirklich intensiv spielt und es auch schafft ja dass wir sie gleich in den videos sehen also einen besseren beweis können wir nicht dafür abliefern dass es funktioniert ihr könnt natürlich so machen wie ihr wollt es ist ja auch nur eine ein sagen wir mal denk ansatz wie wir das spielen und hierbei liegt wirklich der fokus darauf zu sagen das wichtigste in tormens stufen ab 4 ist es sicher zu stehen ja könnt ihr sagen sicher stehen was meint der ja also erstmal das erste ist ihr solltet über 1000 widerstand haben in allem unter 1000 kippt ihr halt irgendwie wenn ihr eine sekunde irgendwas drin steht sei es gift sei es sack sülze akkan ihr kennt diese ganze kacke kippt ihr halt sofort um ja von daher mindestens 1000 widerstand das zweite und vielleicht der beste tipp von allen ist es craftet euch die rüstung das allerwichtigste set ist momentan es sei denn mal wirklich eine übergier ich warte auch immer noch auf das vierte erdteil damit ich diesen sprung erdbeben barb spielen kann aber das kann man halt nicht von ausgehen von daher ist dieses set quasi für euch der schlüssel in höhere torment stufen jetzt werdet ihr sagen ok was das denn für das noob set irgendwie hat man ja früher zum leveln genommen die zeiten ändern sich ihr lieben ja das ding ist in verbindung mit diesem ring den ihr sowieso anhaben solltet ich habe auch gar nicht so schlecht gerollt finde ich ja gut könnte ein bisschen höher sein aber ist okay denke ich dass dieser ring den ihr aus den truen in akt 1 kommen wenn ihr wenn ihr bounties macht ja kann in der truhe drin sein akt 1 bounties ganz wichtig ist must have eigentlich gut ab einem gewissen kipp stand nicht mehr aber wir gehen jetzt mal von von kipp stand aus den wir haben sagen wir mal so in übergeschnittlich guten ja dieser ring gibt euch quasi oder hier steht es ja reduzierte anzahl der für set boni benötigt die gegenstelle um eins das heißt ich habe zwei teile an und bekomme aber durch den ring den dreier bonus und genau das ist es schaut euch den z bonus an der ist halt vielleicht der stärkste set bonus im spiel momentan ja ich lese vorher reduziert den durch instanz angriffe erlittenen schaden um sieben prozent und dasselbe darunter für nahkampf angriffe das heißt jeglicher eingehender schaden ist um sieben prozent reduziert das schon mal schön jetzt kommt aber der knaller set bonus 3 rede reduziert den durch elite gegner erlitten schaden um 15 prozent und erhöht den schaden gegen elite gegner um 15 prozent und das ist eigentlich auch das haupt problem in höheren wirfts die packs das heißt konzentriert euch wirklich darauf dass ihr gegen die packs viel schaden macht und auch was einstecken könnt ja 15 prozent sind relativ viel ich habe das ganze jetzt noch erweitert das ist jetzt nicht unbedingt must have ist aber einfach sehr sehr nützlich auch einfach weil ich ja ich hatte ganz nette schuhe ich habe die erdschuhe aber sagen wir jetzt vom roll her ist das jetzt nicht so ein riesenunterschied deshalb habe ich auch das achara set mitgenommen es gibt andere nehmen noch das kane set mit irgendwie weil weil das blut erfahrung wenn man loot erfahrung und ich glaube angriffsgeschwindigkeit als set boni hat ich wie gesagt ich stehe immer vorne bei uns als auf tank möchte ich sagen und deshalb habe ich das achara set zwei teile genommen wie gesagt durch den regen werden die auch stärker und die haben halt 100 widerstand und 20 prozent leben ja und die sind auch ganz gut gerollt und hier seht ihr ich habe meine abilities drauf hier haben wir der uhr an hier noch ein bisschen widerstand und wie gesagt ich habe auch widerstand gesockeln müssen wenn ihr sagen widerstandssockeln alter was nimmst du was verlierst du an damage ja ich verliere eine menge damage dadurch aber was nützt mir alle damage der welt wenn ich irgendwie auf torment 4 einfach instant aus den latschen kippe wie gesagt das ist eine lektion die ich lernen musste ja man muss sich von diesem ich holte markt schaden raus einfach lösen in diablo ja und ich mache es jetzt sagen alter 692 schaden was bist du für ein noob ja habt ihr recht so aber das problem ist und da hängen sich auch viel zu viele leute dran das ist paper damage jetzt wird ihr fragen paper damage was ist denn da los paper damage bedeutet in diesem fall das ist der damage den dieses ding berechnet da ist aber nicht drin wie mein barb guide erklärt die 20 die 20 prozent feuerschaden aus meinen handschuhen ja weil ich halt nur feuer abilities habe wie zum beispiel den hammer das ist eine feuer ability die steckt halt mit diesem schaden und dafür möchte ich euch gerne diablo progress.com empfehlen wir versuchen das gerade umzusetzen für unsere seiten auch weil die rechnen mich euren realen schaden aus weil das hier was hier steht ist nicht euer realer schaden ja wir haben so eine faustregel ungefähr 20 prozent elementar schaden also diesem falle feuer schaden sind ungefähr 100.000 schaden noch mal drauf so und ich habe feuer schaden hier drauf und ich habe feuer schaden hier drauf ich habe feuer schaden hier drauf und feuer schaden hier drauf das sind ich könnte noch mehr aber ich habe jetzt vier gegenstände also ein bisschen weniger als 80 das heißt es noch mal 400.000 schaden drauf so das heißt ich mal ungefähr eine millionen ich glaube mit allem drum und dran ich habe jetzt nicht mit dem kopf auf diablo progress ihr könnt es selber nachgucken indem ihr einfach meinen battle tag da eingibt komme ich ungefähr auf 1,3 millionen glaube ich realen schaden so jetzt kommt aber der clou an der ganzen sache ihr werdet jetzt sagen hier ist da so eine waffe an irgendwie was hat der da von ring so jordan ist übrigens sehr schlecht gerollt das ist ein sehr schlechter jordan ich hatte da kein glück ich könnte jetzt folgendes machen ne ich könnte jetzt einfach sagen okay hier was sollte hier 18 scheiß werte ne ich könnte jetzt einfach den ring anziehen ihr seht der hat stärke vitality krit schaden und krit chance wenn ich den anziehe dann steht da auf einmal shit 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 fehler steht da auf einmal 800.000 schaden so jetzt könnt ihr auch das das ding anziehen jetzt würdet ihr sagen ja was wir ein bisschen weniger aber da sind ja nochmal irgendwie 90 prozent feuer drauf ja würde man sagen okay wieder 100.000 drauf dann bin ich bei 1,1 würde mir auch was bringen ne wisst ihr warum ich das nicht mache kann ich euch ganz genau sagen weil hier a feuer schaden drauf ist das hat der ring nicht und b achtet auf den den dritten stat erhöht schaden gegen elite gegner um 30 prozent achtet hier auf den dritten stat erhöht schaden gegen elite gegner um 30 prozent wenn ihr euch zurück erinnert hier nochmal 15 prozent schaden gegen elite gegner schaut euch mal diesen wert hier an wo ist er wo ist er wo ist er hier bonusschaden gegen elite gegner 73 prozent wenn ihr jetzt denken was ist das was ist denn los was heißt das das heißt dass ich 73 prozent mehr schaden gegen packs mache auf jeder turmen stufe ja und wie gesagt haltet euch nicht immer an diesen wert irgendwie auf oder hoch der ist völlig irrelevant mit diesen 63 prozent schaden gegen elite und das meine ich halt ne in den höheren rifts ist das was euch am gefährlichst werden kann und was ihr am schnellsten wegkriegen elite packs so wenn ich jetzt wieder auf diablo progress.com gehe und da meinen realen schaden ausrechne da gibt es nämlich auch den schaden gegen elite gegner der ausgerechnet wird mache ich gegen elite gegner 1,9 und paar zerquetschte millionen damage sieht gar nicht so aus wenn man mein paper damage anguckt oder und darauf kommt es an weil wie gesagt höhere turmen stufen elite gegner müssen schnell weg endbosse müssen schnell weg so das heißt ich bin ein toller off tank ich kann was aushalten weil mein schaden reduziert wird den ich bekomme ich gebe meiner gruppe schaden ihr seht guck mal wenn ich das aktiviere bin ich plötzlich bei 800.000 mein buff, mein kampfrautbush der ist noch nonstop aktiv und da geht da noch mal was drauf wir reden jetzt von ungebufften werten gerade die 1,9 sind ungebufft da ist kein kampfrausch mit drauf also wenn ich mit kampfrausch noch mal 15 prozent drauf rechnen auf 1,9 dann komme ich irgendwie auf 2 millionen damage das heißt es ist nicht der barbbild den ich gerne spielen würde aber man muss ja aus den items die man bekommt was machen und das ist ja in reaper of souls so und daher mein tip an euch ja das ist jetzt nur auf dem barbar gemünzt ich könnte euch die anderen klassen zeigen aber die sehen auch so aus unsere damage dealer der frost die hat jetzt irgendwie um also unser demon hat jetzt ein bisschen umdisponiert hat die dinge abgemacht weil er einfach vier marauders marauders also das neue hunter set marauders meine ich teile hat und dadurch hat er diese ganzen pets als vierer set boni die tanken und so weiter ist auch nützlich deshalb hat er die abgelegt aber in dem zeitpunkt als wir die videos aufgenommen haben hatte der diese teile auch noch an auch unser mage hat die an der hat auch ascharas und orcals an ja das sieht nicht anders aus man verliert dadurch schaden steht dadurch aber länger und der schaden reicht glaubt mir das ihr lieben schaden ist nicht das aller wichtigste auf hohen ähm torment stufen ja und ähm uns ist sehr stark aufgefallen dass die drops ab torment 4 massiv zunehmen und auch besser sind das heißt ihr werdet itemtechnisch wenn ihr auf vier spielt einfach sehr viel mehr davon profitieren als wenn ihr irgendwie schnell durch eins oder zwei durchkommt das sind unsere erfahrungswerte und wir reden hier von wochenerfahrung ähm ob ihr das umsetzt oder nicht ist euch selbst überlassen aber mein tipp an euch craftet euch das orcalset irgendwie craftet euch wenn ihr irgendwie nicht gerade gute teile habt oder vierer set boni dieses neuen set craftet euch orcals oder canes äh stimmt euren schaden darauf ab wie gesagt schaden gegen elite macht auch sehr viel aus auf höheren torments elemental schaden sowieso ja orientiert euren schaden eures spells danach was ihr so an elite schaden auf die beine kriegt das von klasse zu klasse anders zum beispiel beim beim monk macht natürlich feuerschaden nicht so viel sinn da ist natürlich alles auf blitz ausgelegt und ähm unser demon hunter spielt zum beispiel auch irgendwie auf äh feuer und äh unser ähm unser äh wizard wiederum auf arcane wobei ice da auch stark ist äh ja stimmt's ab es soll doch nur ein denkansatz sein ja damit ihr irgendwie mal äh wie soll ich sagen mal in eine andere richtung denkt als die alte ich haue alles weg irgendwie mit einer atombombe die mir aus dem po geflogen kommt ähm ich hoffe es hilft euch ein bisschen ich würde sagen um das ganze ein bisschen abzurunden und zu beweisen dass ich halt kein bullshit rede zeige ich euch jetzt noch ein bisschen gameplay irgendwie von uns aus torment 4 und 6 und ähm das machen wir jetzt so ja da bin ich äh am solo farmen auf qual 4 einfach nur damit ihr kurz seht dass das äh äh auch für den bamban der jetzt im vergleich zu anderen klassen nicht so viel schaden macht aber immer noch genug dass das qual 4 solo gar kein problem ist ihr seht hier fliegt alles weg keine große sache ich finde auch mein kater nicht besonders schwierig der gerade auch zuguckt und mich anfeuert hier ist auch noch ein pack was ihr seht gut wenn ihr fragt was für ein was für ein was für ein bild spielst du irgendwie das ist halt ein feuer hammer of the ancients bild ist auch hier auf dem youtube kanal zu finden der guide wie ich ihn spiele könnt ihr euch also intensiv anschauen so ja hier nochmal beziehungsweise jetzt das ganze als äh als gruppe das ist wie gesagt also qual 4 ist wirklich so farm status in wo w äh sprache ja ihr seht schon da rutschen wir rüber auch keine buffs oder so seht ihr an der buff leiste das ist ganz normaler farm speed ja also das ist wirklich ihr seht schon die mobs fliegen halt weg qual 4 ist wirklich äh mit unserem gear wie gesagt größtenteils gecraftet craften kann jeder die rezepte äh findet man ständig finde ich persönlich das ist auch keine große sache also ich kenne eigentlich niemanden der orcals nicht hat das set ähm gut jetzt haben wir uns ein schild geholt über den über den ähm über den buff pylon äh die sind natürlich jetzt unverwundbar und kippt natürlich jetzt nicht um wenn ihr sagen ja ihr könnt ja auch nicht sterben ihr habt es ja vorher gesehen die packs fliegen auch so weg ähm es geht ja hier ein bisschen um den kill speed das zu zeigen und ja hier ist jetzt ein pack achtet mal drauf wie schnell das down geht also der 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 buff das schild läuft auch in den pack aus da ist jetzt keine dass man sagen kann ja ihr würdet da in dem gift nicht überleben und so aber schaut mal auf den kill speed also wie das wie der Burgos der mörder gerade weg fliegt ne also das schild ist schon runter seht ihr und man steht sicher und alles fliegt weg qual 4 pas de problem äh jetzt sehen wir hier nochmal äh ein endboss auch qual 4 beziehungsweise ein endboss wo ein pack rein stürmt kein buff kein ähm schild so krömer ist ein bisschen orientierungslos nehm ich jetzt hier den endboss oder ne komm machen wir erst nochmal das pack weg fliegt halt auch Feuer ist auch da übrigens eine sache habe ich gerade noch vergessen ist mir aufgefallen bei meiner äh vorstellung der ganzen sache es gibt auch amulette irgendwo die so äh Elemente rausnehmen die sind auch teilweise echt nützlich in hoheren tormentstufen äh unser diebenhand hat zum beispiel amulett was ihn einfach resistent gegen gift macht und ihn in gift heilt ja das habe ich jetzt gerade in der vorstellung vergessen ist mir gerade beim schneiden aufgefallen ähm ja also diese amulette sind sehr sehr nützlich die gibt es für alle möglichen schadensarten ja so und hier seht ihr boss in qual 4 down und es gibt glaube ich warte mal war das ich glaube das ist aschara set wenn man da vier teile hat das macht einen nochmal resistent gegen bestimmte bodeneffekte also da gibt es eine menge defensive möglichkeiten noch ja mir geht es ja auch nur darum zu zeigen dass defensiv besser ist und nicht nur Tore vorne sondern auch gute defense so ihr seht jetzt qual 6 das ganze ein bisschen schwieriger aber qual 6 äh ist natürlich auch kein farmstatus ne da geht es nur darum euch zu zeigen dass wir das auch schaffen in qual 6 ähm qual 6 ist echt ganz schön ganz schön schwer aber ihr seht man stirbt zwar ab und zu mal aber auch hier gehen die packs down auch trotz der tatsache dass man nicht alles auf speed äh beziehungsweise auf damage geskillt hat ne auch hier gehen die packs down schaden reicht aus dafür und das soll es gewesen sein heute von meinem kleinen guide hier für euch spielt tormentstufen crafted unlock items macht euch ein bisschen defensiv stärker und dann wünsche ich euch viel spaß ihr lieben in hoheren tormentstufen alle weiteren guides findet ihr auf justbizzard.eu guckt auf die seite dann werdet ihr glücklich versprochen Ciao 순st aber jetzt 4 5 6 5 5 6 6 6